Herzlich willkommen zur Einführungsvorlesung zur älteren deutschen Literatur, Ihrer Geschichte und Ihrer Erforschung. Mein Name ist Christine Stridde, Privatdozentin an der Universität Zürich und Dozierende an der TU Dresden. Überlegen Sie doch einmal selbst, was Sie über das Mittelalter wissen, beziehungsweise welche Vorstellungen Sie haben, welche Bilder in Ihnen wachgerufen werden. Was in unserem kulturellen Gedächtnis oder auch nur, was in Ihrem individuellen Bewusstsein unter dem Begriff Mittelalter abgespeichert ist. Einen ungefähren Eindruck kann man erhalten, wenn man den Begriff Mittelalter in die Google-Suche eingibt, weil man dann ungefähr hierarchisch angeboten bekommt, was andere Personen in diesem Zusammenhang aufgerufen haben. Interessant schon die Seltsamkeit, dass Google meinen Suchbegriff automatisch zu Mittelaltermarkt vervollständigt. Man kann sich heute in unserer westlichen Gesellschaft also etwa so etwas unter Mittelalter visualisieren. Oder auch so etwas. Ein Mittelalter-Reenactment, eine inszenierte Wiederaufführung geschichtlicher Ereignisse also, zumeist von kämpferischen Auseinandersetzungen in möglichst authentischer Art und Weise, wie es schon in der Antike gegeben hat und in jüngster Zeit ein fulminantes Revival erleben. Wir sind natürlich auch umgeben von mittelalterlichen Artefakten wie diesem hier, dem Eingangsportal des Straßburger Doms. Vielleicht erfahren wir auch Lust daran, mit Hilfe unterschiedlicher Medien in die vergangene Zeit zu reisen, wie zum Beispiel in entsprechenden Computerspielen. Hier eine Szene aus The Witcher 3, Wild Hunt oder durch die US-amerikanische HBO-TV-Serie Game of Thrones. Selten machen wir uns dabei ernsthaft kritische Gedanken darüber, wie nah oder fern die mediale Darstellung der sogenannten mittelalterlichen Atmosphäre der historischen Realität eigentlich kommt. Uns reicht zumeist, die durch typische Rollenmuster und sie stets wiederholender grobschnittiger Motive, vor allem Requisiten wie Kleidung, Architektur, Waffen und anderer Accessoires, Inszenierungen von Musik, Licht bzw. Dunkel oder anderer atmosphärischer Mittel erzeugte Anmutung, um uns von der schaurig schönen Fremdheit der Vergangenheit faszinieren, die Fantasie anregen und weitere Assoziationen im wahrsten Sinne heraufbeschwören zu lassen. Wie eine allseits dominante Präsenz von Religion, verbunden mit der Vorstellung von schrecklicher Folter und dem Stichwort Inquisition. Hier sehen Sie bereits auf der rechten Seite die Brandsäule von Eckarts Berger mit der Inschrift, hier wurde im Jahre 1563 eine Markt als Hexe verbrannt. Dabei handelt es sich um die Dienstmarkt des Bauern Sebastian Nerrens, die aus Eifersucht den Hof ihres Herrn in der Nähe von Naumburg anzündete, bei dem 17 Menschen um 400 Stücke Vieh starben. Für diese Tat wurde sie nach einem fragwürdigen Prozess als Hexe verbrannt. In unserer Vorstellungswelt existieren womöglich aber auch solche Bilder vom Mittelalter. Schöne Männer und noch schönere Frauen in romantischer Liebe einander zugetan und Ritter, die für die eigene Ehre, die Ehre ihres Königs und der Angebeteten sowie die ganze Christenheit ihr Schwert schwingen. In all diesen Bildern, die unendlich nach eigenem Wissenstand, persönlichem Interesse und Vorlieben vermehrt werden könnten, verbinden sie noch heute zwei geistesgeschichtlich begründete Konzepte, die sich auf die Metaphoriken von Licht und Dunkel reduzieren lassen. Die deutsche Romantik, mit der das 19. Jahrhundert beginnt, suchte durch eine Rückwendung und Rückbesinnung auf das Mittelalter im vom Napoleon besetzten Deutschland nach positiven Identifikationszeiten und Figuren, welche Deutschland als Nation nach außen, vor allem vom französischen Abgrenzen und nach innen mit einer überzeugenden Nationalidentität stabilisieren sollte. Die Romantik verklärte, idealisierte also das deutsche Mittelalter vor allem für seine, die Nation und die Gesellschaft ordnenden Strukturen wie die Moral, auch und vor allem verbunden mit der Idee von Keuscher und unerschütterlich steter, vergeistigter Liebe, der positiv bewerteten Gottesfurcht als Garant für ein moralisch einwandfreies Miteinander in der Gemeinschaft der Nation, der Gesellschaftssysteme, der Familie, der Paarbeziehung. Das Mittelalter wurde von der Romantik als Zeitalter nationaler Identität und Abwehr der Romania wiedererkannt. Dies wiederholt sich schließlich strukturell in der nationalsozialistischen Vereinnahmung der mit dem Mittelalter assoziierten Narrative, in denen deutsche Geschichte als heroische Abfolge von siegreichen Kämpfen großer Männer erzählt wird. Das Mittelalter war nach romantischer Vorstellung nicht von der französischen Aufklärung beeinflusst, noch nicht der Vernunft und dem Individualismus, dem Antiklerikalismus verfallen, sondern durch und durch religionsbejahlend, während die romantische Gegenwart nur unter negativen Vorzeichnungen kulturpessimistisch als Verfallzeit wahrgenommen wurde. Der daraus erwachsene Konservativismus der Romantik findet sich strukturell vergleichbar wieder aktuell in manchen Gesellschaftskreisen, zum Beispiel mit esoterischem, politischem, rechtsextrem angesiedelten Gedankengut und oder im reichsbürgerlichen Milieu. Demgegenüber dominierte in Aufklärung und Humanismus zwischen etwa 1650 und 1800 ein Bild vom Mittelalter als einer Welt voller Dunkelheit, in der Aberglaube anstatt reflektierter Vernunft eine heillose Rückständigkeit gegenüber der historisch noch weiter zurückliegenden Antike vorherrschten, die sich in dumpfen Machtintrigen, Gewalt und Krieg, Angst vor der Hölle und der uneintrinnbaren Strafe Gottes, Hunger und Krankheit vorherrschten. Der Humanismus setzte dem sein rationales, vernunftbegabtes Denken entgegen, eine geistige Reformbewegung, die sich gegenüber kommende Traditionen aufbäumte und befreite, religiöse Toleranz feierte, die Wissenschaft, zum Beispiel Medizin, Astronomie und Philosophie, überzeugt gegenüber der Kontingenz des Schicksals bejahte. Auch in sprachlicher Hinsicht verachteten die Renaissance-Humanisten das Mittelalter für Evogär-Latein. Die reformerischen humanistischen Moderni suchten daher, die sprachlich gesehen klassische Höhe der Antiqui wiederzuerlangen. Die dunkle Metaphorik, mit der die anbrechende Neuzeit vom Mittelalter sprach, bezog sich daher auch ganz entschieden auf die Qualität des geschriebenen Latein. Dieses liberal-demokratische Gedankengut, wie es sich vom sogenannt dunklen Mittelalter radikal abhebe, wird in dieser Epoche als Sprung von hier nach da behauptet, als Sprung vom Mittelalter in die Neuzeit, in die Moderne. Antike, Mittelalter, Neuzeit. In diesen drei Epochen denkt man, wenn man das Mittelalter als das benennt, was der Begriff sagt, das mittlere Zeitalter. Lateinisch medium evum, daher auch der Begriff medievistik, den wir eingedeutscht inzwischen mit Umlaut schreiben. Die Mitte also zwischen Antike und Neuzeit. Diese Bezeichnung entspricht der Vorstellung eines mehr oder weniger kohärenten historischen Prozesses und die Erfassung eines Zeitraums als Sinneinheit, impliziert zudem die mögliche Abgrenzung der Epoche gegen die vorhergehende Antike und die folgende Neuzeit nach distinkten Kriterien. Nun ist es mit den Epochen aber so, dass sie zwar vielleicht von vorangegangenen wissen, aber nichts von den nachfolgenden. Der mittelalterliche Mensch sich also keineswegs in dieser retrospektiv konstruierten Mitte wahrnehmen konnte. Die gebildeten Autoren des Mittelalters verorteten ihre eigene Lebenszeit vielmehr innerhalb einer von heilsgeschichtlichen Vorstellungen geprägten Ordnung aus drei Weltzeitaltern. Zum Beispiel so Und die Übersetzung Da wollte uns der Heilige Geist helfen und tat dies in drei Zeiten. In der Zeit vor dem Gesetz, in der Zeit unter dem Gesetz, in der Zeit der Gnade. In all diesen Zeiten brachte er alle seine Gaben an den Tag. Von Adam bis Moses dauerte die erste Zeit, von Moses bis Christus dauerte die zweite Zeit, die Zeit von Christus bis heute gehörte zur dritten Zeit. Dies ein Ausschnitt aus der bedeutendsten deutschen Hohelied-Auslegung des Mittelalters, dem sogenannten St. Ruth-Peter-Hohenlied, das wir zu gegebener Zeit noch genauer anschauen werden. Dabei gab es für eine zeitliche Ordnung im Mittelalter durchaus konkurrierende Erzählweisen, so zum Beispiel auch das Darstellungsschema der Abfolge von vier universalen Monarchien, deren Hintergrund der biblische Traum Daniels von den vier großen Tieren bildet. Daniel 2, 7. Die mittelalterlichen Gelehrten deuteten das so. In der Weltgeschichte folgt auf das babylonische Reich das persische. Nach dessen Zusammenbruch entstehe das griechische Reich, welches schließlich vom römischen Reich abgelöst würde. Nach dessen Zusammenbruch würden der Weltuntergang, die Wiederkunft Christi und das jüngste Gericht die irdische Zeit des Menschen für immer beschließen. Wenn es eine Vorstellung von einem mittleren Zeitalter, einer Zwischenzeit also gab, dann die zwischen Geburt Christi und seiner Wiederkunft anlässlich des jüngsten Gerichts. Wann genau dieses Waldende stattfinden würde, darüber herrschten allgemein zwar unterschiedliche Meinungen, die aber alle eine Vorhersage teilten. Es würde bald geschehen. Bis weit über das Jahr 1500 hinaus berechneten die Menschen mit immer besseren, moderneren und mithin aufgeklärteren, da wissenschaftlicheren Methoden den Zeitpunkt des Weltendes, von Philipp Melanchthon über Martin Luther bis Isaac Newton. Der Begriff Mittelalter, Medium Evum, ist demnach eine Erfindung der Humanisten des 15. Jahrhunderts und bezeichnet also eine Gegenwelt zur aufgeklärten Renaissance. Der Mensch im Mittelalter selbst dagegen begriff sich als in der Zeit der Gnade die Wiederkunft Christi und dem baldigen Weltuntergang erwartend. Grundsätzlich, so kann man sagen, ist Epochenbildung und Periodisierung von historischen Zeiträumen immer eine Hilfskonstruktion und als eine retrospektive Systematisierung zumeist einer Einzelwissenschaft und oder sogar eines einzelnen Frageinteresses, das sich auch nur auf ein kulturgeschichtliches Einzelfänomen richten kann, zu verstehen. Sie sind also nicht objektiv. Die im 18. Jahrhundert beginnende Geschichte des deutschen Wortes Epoche aus mittellateinisch Epocha, entlehnt aus griechisch Epoche, zeigt aber, dass es sich ursprünglich um einen festen Zeitpunkt, einen Halte, einen Fixpunkt gehandelt hat, an dem etwas Altes aufhört und etwas konkret Neues beginnt. Ein echter Wendepunkt also. Entscheidend dafür ist das Kriterium, nach dem man dieses etwas bestimmt. Wirtschaft, Politik, Naturwissenschaft, bildende Kunst, Sprache, Literatur und so weiter. Daher gelten für jeden Wissenschaftsbereich oftmals andere Epochengrenzen. Für die allgemeine Geschichtsschreibung, wenn man das so grobschlechtigt und daher auch schon unzulässig sagen kann, gilt deshalb immer das Nebeneinander von Altem und Neuem oder anders gesagt die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem. Eine allgemeine Epochenabgrenzung ist aus solchen banalen Gründen nicht nur fragwürdig, wie Hilgert Wettige dies in seiner Einführung in die germanistische Medialistik nennt, sondern auch ganz unsinnig. Als Orientierungsachse für einzelne Fachbereiche wie auch die germanistische Sprache- und Literaturwissenschaft ist die Epochenbildung allerdings eine notwendige Systematisierung, die es eben nicht nur ermöglicht, Brüche und Grenzen zwischen Altem und Neuem im historischen Prozess wahrzunehmen, sondern eben auch große Übergangsbereiche, ausladende Schwellen, Überblendungen und auch so etwas wie Kontinuitäten, Universalien und Mehrfacherfindungen. Das hat mit der systemtheoretischen Binsenweisheit zu tun, dass man Dinge nur gemeinsam betrachten und ihr Verhältnis zueinander beobachten kann, wenn man sie zuvor systematisch voneinander getrennt hat. Für die allgemein historische Einordnung des Mittelalters hat sich etwa die Zeit von 300, 500 und da sehen wir schon eine Übergangszeit von 200 Jahren bis etwa 1500 eingebürgert, um verschiedenen relevanten historischen Aspekten Rechnung zu tragen. Orientierungspunkte für den Beginn sind beispielsweise der Einbruch der Hunden 375 n. Chr. in das Weströmische Reich, mit dem die germanische Völkerwanderung begann und unter anderem germanische Gruppen nach Süd- und Westeuropa vertrieben, sodass die Besiedelungslandschaft sich stark veränderte. Die Regierungszeit des römischen Kaisers Konstantin, 325 bis 337 n. Chr., der schon früh begonnen hatte, aktiv das Christentum zu fördern und sich schließlich selbst zum Christentum bekannte. Unter seinem Vorsitz fand im Jahr 325 das erste ökumenische Konzil von Nicea statt, bei dem es vor allem um den arianischen Streit, das heißt um die Wesensgleichheit von Gott, Vater und Sohn, ging. Ein Meilenstein in der christlichen Religionsgeschichte. Das Ende des Weströmischen Reichs 476 n. Chr. durch die Absetzung des Weströmischen Kaisers Romulus Augustulus, die nur ein konstruierter Schlusspunkt eines langsamen kulturellen, sozialen und ökonomischen Wandlungsprozesses bezeichnet, an dessen Ende sich das Imperium Romanum in die Welt des Mittelalters transformiert hatte. Für das Ende veranschlagt man zum Beispiel den Untergang des Oströmisch-Byzantinischen Reiches 1453, welches das Weströmische Reich noch gut 1000 Jahre überdauerte. Die islamische Expansion und die Eroberung Konstantinopels durch Sultan Mehmed II., der Tod des letzten byzantinischen Kaisers Konstantin XI., bedeutete den endgültigen Untergang des Imperium Romanum. Daneben lässt sich auch die versehentliche Entdeckung des amerikanischen Kontinents 1492 durch Christopher Kolumbus als Eckpunkt für das Ende des Mittelalters definieren, durch die mit der neuen Welt auch eine neue Zeit und vor allem ein neues Weltbild anbrach, das sich unter anderem in zahlreichen Entdeckungen und Erfindungen der Zeit manifestierte, wie das heliozentrische Weltbild Nikolaus Kopernikus, das die Sonne ins Zentrum des Universums stellte und nicht nach kirchlichem Dogma geozentrisch die Erde. Daher sprechen wir von der kopernikanischen Wende vom Mittelalter in die Neuzeit, in der man von nun an mit konstruktiver Vernunft zu neuen Erkenntnissen kommen wollte. Eine dieser bahnbrechenden Erfindungen und daher unter anderem für die Sprach, Literatur, Buch, Kommunikations- und Informationswissenschaft besonders relevant ist der Buchdruck mit beweglichen Lettern von Johannes Gutenberg um 1450, mit der die neuen, mit Vernunft erworbenen Erkenntnisse anders als zuvor mehr oder weniger massenhaft und schnell, nach damaligen Vorstellungen und Maßstäben, verbreitet werden konnte. Religionsgeschichtlich epochal und unmittelbar mit dem Buchdruck verbunden gilt als eine Endmarkierung des Mittelalters auch der Anschlag der 95 Thesen an das Tor der Wittenberger Schlosskirche im Jahr 1517 durch Martin Luther. Die Thesen, die im späteren Druck auch Propositiones wieder das Ablass hießen, wendeten sich gegen den verbreiteten Ablassmissbrauch durch die katholische Kirche und markieren mit dem Ende des Mittelalters den Beginn der Reformation. Hinter allen Versuchen, ein damals vom Jetzt, ein Dort, vom Hier, ein altes, vom Neuen abzugrenzen, steht ein Begriffspaar, das eine eigene, lange und in jüngerer Zeit auch wieder stärker kontrovers geführte Geschichte hat. Alterität und Modernität. Wobei der Begriff Alterität also dem Mittelalter zugeordnet wird. Alterität, Andersheit, aber anders als was? Wie anders und warum? Oder überhaupt anders? Diese Fragen werden uns im Verlauf dieser Vorlesungsreihe intensiv beschäftigen. Bevor ich einen kleinen Überblick gebe, was Sie in den nächsten zehn Folgen erwarten wird, klären wir, so gut das eben geht, den Begriff der Alterität, denn er wird Ihnen in der Forschung und bei der Erforschung des Mittelalters immer wieder begegnen und vielleicht auch bisweilen im Weg stehen. Alterität von lateinisch Alter, Alterum geht auf die 1970er Jahre und die Romanisten Hans-Robert Jaus und Paul Zumthor zurück und bezeichnet ein theoretisches Modell zur Beschreibung der Andersartigkeit des Mittelalters gegenüber der Moderne. Begriffe, die sich um diese Andersheit herum anlagern, sind zum Beispiel Fremdheit, Verschiedenheit, Differenz, die in etwa das Gleiche meinen und eine kulturelle und historische Distanz zwischen Mittelalter und Moderne benennen sollen. Im Kehrspiegel seiner eigenen Erwartung, so hat Hans-Robert Jaus ausgeführt, sollen sich moderne Lesende von mittelalterlichen Texten in die Spielregeln einüben und die Einstellungen übernehmen, die eine nicht mehr vertraute Gattung erfordert. Eine solche Horizontabhebung im Prozess aktiven Verstehens könne dann zur Verschmelzung des Vergangenen mit dem gegenwärtigen Horizont ästhetische Erfahrung weitergeführt werden. Modernität und Modellcharakter mittelalterlicher Literatur sei demnach in ihrer Alterität zu bestimmen, da über dem verkehrenden Abgleich mit den eigenen modernen Erwartungen diejenigen der mittelalterlichen AdressatInnen rekonstruiert werden können. Das heißt zugespitzt gesagt nichts anderes, im wahrsten Sinne des Wortes, als dass wir uns das Mittelalter genau gegenteilig zu unserer eigenen Wirklichkeit vorzustellen hätten. Aber auf diese Weise machten wir uns das Fremde eben auch zu eigen. Auf eine Weise allerdings, die von Anachronismen nur schwer behüten kann, weil die Kopplung des Lesens und Verstehens mittelalterlicher Texte an unsere eigene gegenwärtige ästhetische Erfahrung nicht selten bedeutet, für das Mittelalter Bedeutsames auszugrenzen für eine adäquate Beschreibung des historischen Prozesses, was fatale Folgen für die Literaturgeschichtsschreibung hat oder hatte oder auch das, was wir literarischen Kanon nennen. Der Reflex einer solchen Kritik an Jaus Alteritätsbegriff, der sich ja eigentlich um die Modernität des Mittelalters bemühte, findet sich schon bei Paul Zumthor, der jede vergangene Epoche als uns vollständig unzugänglich erachtete, jeder Vergleich zwischen jenem Universum und unserem als trügerisch bezeichnet. Zumthor war sich dem Paradox dieser Aussage wohl bewusst, denn eine solche radikale Trennung von Vergangenheit und Gegenwart lässt ihre Abhängigkeit voneinander gänzlich unberücksichtigt. Die strenge Epochensäsur führt zu einer Exotisierung des Mittelalters durch die Neuzeit und macht sie, ganz anders als Jaus sich das aus einer Perspektive akademischer Beschäftigung mit dem historisch Zurücklegenden vorstellen wollte, im Grunde gänzlich unzugänglich. Peter Czabinski hat in seinem Buch Gegenwärtigkeit diese Unzugänglichkeit auf die Spitze getrieben. Er begreift Alterität als die Negation des eigenen schlechthin. Dazu trägt er ein Potpourri von antonymischen Begriffen zusammen, die seinen Mittelalterentwurf im Wesentlichen organisieren. Linearität versus Zyklik, Sukzessivität versus Simultaneität, System versus Aggregat, Abstraktion versus Konkretion, Relation versus Substanz, reflexive Differenz versus reflexionslose Einheit, Bedeutung versus Sinn, Lektüre versus Schau, Vermittlung, Zeichen, Repräsentation, Absenz, Geschichte versus Gegenwärtigkeit, System versus Sichtbarkeit, Szene versus Evidenz, leere Transparenz versus volle Evidenz, Kunst versus Mythos, Lachen versus Gelächter, bürgerlich versus nichtbürgerlich und so weiter. Dass diese unüberwindlichen Brüche so nicht aufrecht zu erhalten sind, darüber ist sich die Forschung längst einig. Unabweisbar ist aber auch das gesteigerte Interesse und die besondere Faszination, die für die Moderne vom Mittelalter ausgeht, welche Jaus und andere in der Alterität begründet sehen. Das kann man aber auch anders beziehungsweise weniger emphatisch beschreiben. Wenn die mittelalterliche Literatur aber sowohl alteritäre als auch moderne Momente aufweist, dann unterscheidet sie sich nicht grundsätzlich von der Literatur anderer Epochen und man wird bei der Beschäftigung mit ihr auf dieser Basis keine besondere Bedeutung beimessen können. In diesem Zusammenhang kritisiert der Altgermanist Manuel Braun wichtigerweise die Tendenz zur Pauschalisierung des Alteritätsbegriffs, die Kontinuitäten, breite Übergangszonen, Transformationen und Universalien zudeckt. Hier sind wir wieder bei dem angelangt, was schon zum Epochenbegriff ausgeführt wurde. Problematisch auch, und wir hatten das schon bei der Metaphorik von Dunkelheit und Licht für das Mittelalter und die Neuzeit beobachtet, dem Mittelalter Defizite anzulasten, die uns aus neuzeitlicher Perspektive als solche erscheinen und damit anstelle konkreter bejahender Aussagen über das Mittelalter als solche die vergangene Epoche nur als Negationen der Neuzeit wahrnehmbar seien. Tatsächlich zeigt sich regelmäßig am analytischen Einzelfall eines Textes, eines Autors, eines Phänomens und dergleichen, dass sich die behaupteten Brüche zumeist nicht lange in ihrer Radikalität und Pauschalität aufrechterhalten lassen, sondern viel feinere Nuancen von Anderssein, Transgressions, das heißt Übergangs- und Transformationsprozessen sichtbar werden. Gerade weil die Medivistik dem Paradigma der Alterität wirklich wichtige Impulse verdankt, ist man heute und anhaltend darum bemüht, der Alteritätsdebatte mit notwendigen Ergänzungen, Präzisierungen, methodischen Umakzentuierungen kritisch zu begegnen. Die Aufgabe der Mittelalterforschung muss es also sein, Begriffe und Kategorien zu prägen, die auch epochenübergreifend Phänomene formaler und inhaltlicher Verfügbarmachung des Traditionellen und dessen schöpferischer Transformation in Neues zu beschreiben in der Lage sind und die kulturellen Phänomene wie die mittelalterliche Literatur, literarische Texte überhaupt, in ihrer je eigenen historischen Aktualisierung fassbar zu machen. Unabhängig davon, wie man jetzt und zukünftig den wissenschaftsgeschichtlich epochemachenden Begriff der Alterität in der Mittelalterforschung verwenden wird, bleibt die Faszination am Fremden nach wie vor aktuell, wie wir an den bildlichen Eindrücken zu Beginn dieses Videos schon gesehen haben und hoffentlich im Verlauf dieser Vorlesungsreihe stets erleben werden. Und nicht nur für die Medievistik kann eine Aufweichung der strengen Mittelalter-Neuzeitzäsur fruchtbar sein. Der Philosoph Odo Marqua, der für seine Polemik umsetzt, Ironie bekannt und unter dem Titel Virtuose des Bon mots bekannt war, hat sich zu diesem Problem in einem sehr kurzen Essay geäußert mit dem Titel Neuzeit vor der Neuzeit zur Entpragmatisierung der Mittelalter-Neuzeitzäsur. Wer als Philosoph die Neuzeit begreifen will, muss immer mehr vom Mittelalter verstehen und braucht dafür unvermeidlicherweise in wachsendem Maße die Hilfe des Medievisten. Kurz gesagt, je neuzeitlicher die Neuzeit wird, desto nötiger werden die Medievisten. Marquardt identifiziert drei Einstellungen zum Epochenproblem. Zwei davon kennen sie bereits. Erstens, Einstellung der klassisch-promodernistischen Aufklärung. Die Neuzeit ist aufgeklärt, das Mittelalter war das noch nicht und also finster. Wir haben es, nicht Gott, sondern uns sei Dank hinter uns. Und wo wir es noch nicht hinter uns haben, ist das günstigstenfalls ganz und gar schlimm und schrecklich. Zweitens, Einstellung der Romantik und des Antimodernismus. Das Mittelalter war im Gegenteil das erleuchtete und strahlende Vorbild, von dem die Neuzeit abgefallen ist. Die Neuzeit ist, als der Abfall Europas von der Christenheit, gerade dadurch definiert, keine oder zu wenige mittelalterliche Komponenten zu haben. Sie müssen als dort fehlende erst in die Neuzeit eingebracht werden. Die dritte Einstellung hat nun mit der Alterität und ihrer Kritik zu tun, wie sie in jüngster Zeit wieder ein Manuel Braun formuliert hat, auch wenn Marquardt den Begriff selbst nicht verwendet. Die Entdramatisierung der Mittelalter-Neuzeit-Zäsur wird von einer geschichtsphilosophischen Einstellung vertreten, die nicht mehr nur die Vergangenheit, sondern vor allem auch die Gegenwart negiert. Und zwar nicht im Namen der Vergangenheit, sondern im Namen der Zukunft, massiv insbesondere im 20. Jahrhundert. Um nicht nur Unterschiede, sondern auch Parallelen, Kontinuitäten, historische Universalien zu sehen, ist wichtiger als die Auffindung substanziell identischer Inhalte, diesseits und jenseits der Mittelalter-Neuzeit-Zäsur die Ermittlung eines gleichartigen Problemlösungsbedarfs. Eben dadurch wird der Problemlösungsaufwand beider Zeitalter vergleichbar. Dabei geht es vor allem darum, Beschreibungsmethoden und Analyseinstrumentarien für die Beobachtung des Mittelalters nicht selbst alteritär anzulegen, also ganz anders zu wählen als für die Beschreibung der Neuzeit, mit der Erwartung, dass dann auch etwas ganz anderes herauskommt. Vielmehr gilt nach Odo Marquardt, bei den Zäsur unterlaufenden Kontinuitäten sind funktionale Äquivalenzen wichtiger als substanzielle Identitäten. Mit diesem Ausflug in die Geschichtsphilosophie Odo Marquardts und seiner Interpretation der Problematik von historischer Periodisierung und dem Alteritätsparadigma kommen wir noch einmal zurück zu der Frage, wann und wo sich das Mittelalter und zwar konkret für die germanistische Medivistik nun eigentlich abspielte. Dabei geht es nicht nur um die Festlegung der Epoche des Mittelalters an sich, sondern auch um eine genauere Unterteilung in Früh-, Hoch- und Spätmittelalter, die auch, aber nicht nur mit den Sprachgrenzen von Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch und Früh-Neuhochdeutsch zusammenhängen. Der Beginn des volkssprachlichen Mittelalters in Sprach- und Literaturwissenschaft muss automatisch den gleichen Anfangspunkt haben, da Literatur ohne Sprache zwar vorhanden, nämlich in mündlicher Überlieferung, aber wissenschaftlich nicht beobachtbar ist und Sprache erst untersucht werden kann, wenn sie in geschriebener Form auftaucht. Das Mittelalter für die germanistische Medivistik beginnt also mit dem Einsetzen der deutschsprachigen schriftlichen Überlieferung im 8. Jahrhundert und zwar genau hiermit. Das sind die sogenannten Johannesglossen, die ältesten deutschen Wörter auf Pergament, also gegerbter Tierhaut, geschrieben dem bis ins 15. Jahrhundert typischen Beschreibstoff des Mittelalters. Links sehen Sie die ganze Pergamentseite, auf der in lateinischer Schrift, in Großbuchstaben einer sogenannten Unziale, ein Ausschnitt des Johannesevangeliums geschrieben ist, und zwar Johannes 19, 38. Unten in der linken Spalte sind klein darüber zwölf deutsche Wörter in altdurchdeutscher Minuskelschrift, also Kleinbuchstaben mit diskursiven, Entschuldigung, mit kursiven Elementen geschrieben. Die lateinische Handschrift, die in St. Gallen in der Schweiz aufbewahrt wird, stammt aus dem 5. Jahrhundert, aber erst um 750 hat ein deutscher Schreiber die Interlinearglossen hinzugefügt. Glossen nennt man in diesem Zusammenhang deutsche Interpretamente zu fremdsprachigen, hier in dem Fall lateinischen Lämmata. Sie kennen das sicher aus ihrem eigenen Fremdsprachenunterricht. Interlinear deshalb, weil die Glossen zwischen den lateinischen Zeilen stehen. Und was steht da jetzt genau? Zunächst die Übersetzung des betroffenen Bibelferses. Danach aber bat dem Pilatus Josef von Arimitea, der ein Jünger Jesu war, heimlich aus Furcht vor den Juden, dass er den Körper Jesu abnehmen dürfe. Und nun die deutschen Wörter. Oder auch als ganzen Vers, wenn man nämlich die lateinischen Namen mitliest, für die der Schreiber wohl kaum die Notwendigkeit sah, diese Deutsch noch einmal darüber zu schreiben. Man kann diese allerersten deutschen Wörter also nicht nur als Interlinearglossen, also Einzelwörter verstehen, sondern durchaus auch als Interlinearversion. Das bedeutet, dass es sich um eine Wort-für-Wort-Übersetzung eines ganzen Sinnzusammenhangs handelt, eine deutsche Version zum lateinischen Ausgangstext. Hiermit geht es also los. Die deutsche Schriftsprache und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem deutschen Mittelalter aus sprach- und literaturwissenschaftlicher Sicht. Sehen wir uns doch mal an, wie es da im deutschen Sprachraum so aussieht. Im Frühmittelalter, das um 750 beginnt und um 1050 in das Hochmittelalter übergeht, im deutschen Sprachraum herrschen da zunächst die Karolinger und dann die Ortonen. Auf der Karte sehen Sie das Fränkische Reich unter Karl dem Großen, einschließlich alle Eroberungen bis 814. Die deutsche Sprachgrenze im Westen verläuft grob geschnitten etwa an der blauen Linie. Hier sehen Sie die Entwicklung in einer Animation bis 870. Der dreigeteilte Endzustand ist die vereinbarte Gebietsaufteilung im Vertrag von Mersen, dem der Vertrag von Verdun 843 vorausging. Hier sehen Sie das gerade. Ludwig der Deutsche erhielt bezeichnenderweise das Ostfrankenreich, den Ursprung des späteren Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation und Lothar I., das sogenannte Mittelreich, das spätere Königreich Burgund und das Herzogtum Lothringen. Das Westfrankenreich bekam Karl der Karle und dies ist der Ursprung des späteren Frankreich. Das Herzogtum Lothringen und Burgund, das heißt das Mittelreich, wurden später dann noch zwischen Karl und Ludwig aufgeteilt. Unter den Ortonen sah das Fränkische Reich bis etwa ins Jahr 1000 dann so aus. Neue Herzogtümer waren mit Sachsen, Bayern, Alemannen, Franken, Lothringen mit den Friesen und Kärnten hinzugekommen. Die Schriftüberlieferung bezogen auf den deutschen Raum begann, wie gesagt, etwa um 750. Handschriften waren fast ausschließlich in lateinischer Sprache ein exklusives Medium an die Institutionen der christlichen Klöster gebunden und traten daher auch nur dort auf, wo die Christianisierung schon durchgesetzt worden und Klöster installiert waren. Der Nordosten des Fränkischen Reiches zum Beispiel wurde erst ab dem 10. Jahrhundert christianisiert. Mecklenburg-Vorpommern, das im Mittelalter von den Slaven besiedelt war, erhielt erst ab 1168 von der dänischen Diözese Roskilde ausgehend den christlichen Glauben. Trotz früher Christianisierung im oberdeutschen Sprachraum Bayern und Alemannen gab es zunächst nur wenig Schrift, denn Schreiben ist ein technisch und zeitlich aufwendiger Vorgang im Mittelalter, der mit der Herstellung, Zurichtung und Vorbereitung des Pergaments beginnt und erst nach einem langwierigen Schreibprozess abgeschlossen ist. Auch aufgrund des Schriftmangels ist Lesen und Schreiben ein Elitephänomen. Man kann davon ausgehen, dass im Frühmittelalter 99 Prozent der Bevölkerung AnalphabetInnen waren. Die Bibel ist das wichtigste Buch, obwohl als Buch, wie wir es heute kennen, dürfen sie sich das nicht vorstellen. Der Kanonisierungsprozess der einzelnen Texte war noch nicht ganz abgeschlossen, keine verbindliche Reihenfolge festgelegt. Und das Buch war auch nicht als Buch zwischen zwei Deckeln zusammengebunden, sondern existierte neben anderen sakralen Texten zumeist in verschiedenen Handschriften als Einzeltexte. Geschrieben wurde bis ins 15. Jahrhundert fast ausschließlich auf Pergament. Die Texte wurden als Kodizes von lateinischem Kodex, Buch, überliefert. Deutsche Texte sind im gesamten Frühmittelalter eine sehr, sehr rare Seltenheit, eine absolute Ausnahme. Ihr Anteil an Schriftüberlieferung ist so verschwindend gering, dass sie nur im Promillebereich gemessen werden könnte. Ihre Aufzeichnung ist singulär und bezieht sich auf konkrete Gebrauchskontexte, wie etwa die Mission, die geistliche Unterweisung im Kloster oder auch das Gebet. Von einer autonomen deutschen Literatur, von literarischen Werken oder auch von einem Autor im modernen Sinne ist die deutsche Schrift noch meilenweit entfernt. Wenn deutsche Schrift überliefert ist, dann ausschließlich anonym. Nun ja, nicht ganz. An dieser Stelle gönnen wir uns für dieses Mal eine Pause und schauen noch, was uns ab der nächsten Woche in dieser Vorlesungsreihe erwarten wird. Beim nächsten Mal widmen wir uns den Anfängen deutscher Literatur und reflektieren dabei auch gleich den Literaturbegriff, der hier so provokativ in Anführungszeichen steht. Bei den Denkformen des Mittelalters, zum Beispiel der Allegorie und der Typologie, werden wir noch einmal auf den Alteritätsbegriff und auch auf die Weltzeitalter zu sprechen kommen. Die dominante mittelalterliche Kommunikationsform ist die Mündlichkeit. Natürlich hat man im deutschen Sprachraum schon Deutsch gesprochen, bevor man geschrieben hat. Diesen Umstand und den daraus resultierenden literarischen Konsequenzen tragen wir im Kontext von Mündlichkeit, Aufführung und Schriftrechnung. Ab da wenden wir uns dem Hochmittelalter zu, auf dem unser Fokus liegt. Minne, Macht und Religion sind die wesentlichen Themenfelder, mit denen sich die Literatur dieser Zeit in epischer Breite beschäftigt. Zentrale Gattungen, an denen wir uns den Unterschied von fiktionalem und faktualem Erzählen vergegenwärtigen wollen, sind zum Beispiel die Helden-Epic mit ihrem prominentesten Vertreter, dem Nibelungenlied. Der Arthus-Roman, vor allem Hartmanns von Aue und Wolframs von Essenbach, stehen bei der Beschäftigung mit dem frühen deutschen Roman im Vordergrund, gefolgt vom Minneroman, exemplarisch vertreten beispielsweise durch Gottfrieds von Straßburg-Tristan. An den wichtigsten lyrischen Gattungen, dem Minnesang und der Sangspruchdichtung, diskutieren wir erneut die Verwerfungen zwischen Aufführung und Schrift und die Differenz zwischen Heteronomie und Autonomie. Auch hier werden wir, neben der Klärung dieser Begriffe, an Beispielen die Alteritätsdebatte wieder aufzunehmen haben. Mit Ab-, Um- und Aufbrechen im kulturellen, sozialen und geistesgeschichtlichen Gefüge begegnet uns die diverse Literatur der Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Das nächste Mal also am Anfang war das Wort, die Anfänge der deutschen Literatur. Vielen Dank.